Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich gehe mal davon aus, der Grund dafür wird dieser sein. Nämlich dieses schicke 8-knöpfige Display in entweder 5,8 Zoll wie ich es habe oder 6,5 Zoll, was euch nicht gefällt. Ihr wollt lieber die große Variante vom Facelift in 8 Zoll und wisst nicht wie das geht? Dann empfehle ich euch jetzt dringend dran zu bleiben, denn ich werde euch zeigen wie ihr sowohl von 5,8 Zoll als auch von 6,5 Zoll auf das Facelift Display umrüstet. Mit Rahmenumbau, mit Junintausch und allem drum und dran und wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. So, starten wir doch einfach mal mit der allerbeliebtesten Frage von allen, nämlich was braucht es eigentlich für den Umbau von 5,8 beziehungsweise von 6,5 auf 8 Zoll Display, also auf diesen netten Schinken hier. Also, das kommt natürlich ganz darauf an, was ihr aktuell verbaut habt, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Nein, das nicht. Wenn ihr aktuell ein Modell fahrt von ungefähr 2012 bis Mitte 2015, habt ihr in der Regel das kleinere Display, was ich jetzt hier auch drin habe, also das 5,8 Zoll Display verbaut. Das erkennt ihr daran, dass der Abstand von den Knöpfen zum Display ein bisschen größer ist als bei dem 6,5, was ich übrigens beispielhaft auch mal hier habe, damit ihr es mal seht. Hier ist der Abstand von Knopf zum Display relativ gering. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier bei meinem 5,8 Zoll Display anschauen, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze ein bisschen größer ist. Da ist der Abstand, wie gesagt, ein ganzes Stückchen größer. Und warum erzähle ich euch das? Wenn ihr 5,8 Zoll verbaut habt, dann habt ihr ein sogenanntes MIB1 Standardsystem hinterlegt, also der Rechner, der im Handschuhfach sitzt. Es gibt natürlich noch eine kleinere Variante, also dieses ganz kleine Radio nur, da ist ja noch nicht mal ein Navi drin, da könnt ihr den Umbau komplett vergessen. Also da müsste man komplette Kabelsätze umrüsten, das streichen wir direkt mal von der Agenda. Aber wenn ihr 5,8 Zoll habt, egal ob mit Navi oder nur Mediasystem, dann könnt ihr wie gesagt umbauen, aber, das große Aber, nur mit Umbau des Navirechners. Ihr braucht natürlich einen Navirechner, der es unterstützt und 5,8 Zoll, also MIB1 Standard, unterstützt den Umbau nicht. Wenn ihr 6,5 habt, also Mitte 2015, bei den Cupras sowieso fast immer verbaut, bis jetzt aktuell, bis zum Facelift, wo sowieso schon diese Displays hier verbaut wurden, dann habt ihr sowieso, ich sag mal, ein relativ umbaufreundliches Navi-System verbaut, also könnt ohne weitere Umbauten auf das 6,5, äh, auf das 8 Zoll Display umbauen. Ihr braucht also nicht den Rechner tauschen, das ist schon mal ein großer Vorteil und spart euch natürlich einiges an Geld, weil die Rechner sind richtig teuer. Ihr kommt auch bei dem 6,5 Zoll Umbau, aber nicht darum herum, den Rahmen umzubauen, denn, um das 8 Zoll Display umzubauen, müssen wir den ganzen Navi-Rahmen ein bisschen umbauen, also da, wo das Display eingesetzt wird, weil das ein bisschen anders ist, aber da komme ich nachher noch zu. Fassen wir also zusammen, wenn ihr 5,8 Zoll Display verbaut habt, dann müsst ihr den Rechner tauschen, wenn ihr jetzt schon 6,5 Zoll Display verbaut habt, dann müsst ihr keinen Rechner tauschen, ihr müsst nur den Rahmen umbauen. Wichtig auch für euch zu wissen, typische Fehlerquelle, wenn ihr 5,8 Zoll verbaut habt, könnt ihr auch nicht auf 6,5 Zoll umrüsten, das wird grafisch auch nicht unterstützt, also versucht es gar nicht. Und, nochmal ein bisschen weiter gefasst, ihr könnt auch nicht einfach bei Ebay hingehen und einen MBB2 Rechner kaufen, die sind alle mit Komponentenschutz belegt und nicht alle lassen sich auch freischalten. Also, das heißt, wenn, müsst ihr wirklich ausgewählte, ganz neue MBB2 Standards oder MBB2 Highs, also Navi Plus, dafür nehmen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. So, wir beginnen jetzt zuallererst erstmal damit, den Rahmen auszubauen, beziehungsweise auszuklipsen und das alte Navi auszubauen. So, ich hoffe, ich verdecke euch jetzt nicht zu stark die Sicht. Was ihr macht, ihr geht einfach hier mit dem Hebelwerkzeug drunter. Das hört sich zwar alles andere als angenehm immer an, aber so kriegt ihr ganz entspannt euren Rahmen hier raus. So, das macht ihr alles peu à peu, könnt das auch gerne ein bisschen von oben machen. So, im nächsten Schritt nehmt ihr das Navi raus, hierfür unser spezielles Hebelwerkzeug, beziehungsweise Entriegelungswerkzeug, was wir ja schon kennen, aus diversen anderen Videos von mir. Das kann man super nehmen, um hier unten in die Schlitze reinzukommen. Zack, und schon habt ihr das Display raus. Super einfache Arbeit. Dann hier hinten die zwei Stecker noch lösen. Und schon habt ihr... So, schon habt ihr das Alte in der Hand und das kann weg. Wenn ihr eure Stecker dann, beziehungsweise ihr Display ausgebaut habt, seht ihr hier, dass der Stecker, ja, ich sag mal, nicht passend wäre mit dem neuen Display, weil der ein paar mehr Nasen hat, als es das Display, beziehungsweise der Stecker vom neuen Display hat. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein paar Nasen abtrennen. Und zwar geht das am besten mit einem Cuttermesser. Und die Nasen, die abmüssen, ist eigentlich relativ leicht, die bei dem neuen 8 Zoll Display nicht existieren. Das sind einmal die, ich sag mal, oben links, also hier links quer die drüber und die unten rechts, also direkt parallel gegenüber, sodass ihr nur noch diese, ich sag mal, drei relativ mittigen kleinen Nasen habt. Und dann passt euer Display auch vom Stecker her jetzt ganz genau drauf. Wie wir sehen, funktioniert das jetzt auch und euer Bild wird übertragen. So sieht das Ganze übrigens dann aus, wenn ihr euren Rechner nicht mit tauschen und ein MIB 1, also vor 2016 verbaut habt mit den 5,8 Zoll. Ich habe ja meine Unit hier noch, die kommt jetzt gleich rein, damit das Ganze auch vernünftig aussieht. Aber jetzt nur einmal, um zu sehen, wie das aussehen würde, wenn ihr den Rechner nicht mit tauschen und ein MIB 1 habt. Wenn ihr euch von eurem Display hier befreit habt, dann geht es im nächsten Schritt an die Unit. Also das nur, wenn ihr ein 5,8 Zoll Display verbaut habt, sonst könnt ihr diesen Step überspringen. Ich mache euch jetzt neuerdings ja auch Kapitel, dann könnt ihr einfach daran vorbeispringen. Wenn ihr die 5,8 Variante habt und die Unit mittauscht, dann geht es jetzt ans Handschuhfach. Das habt ihr alles schon mal gesehen, das werde ich euch jetzt zeigen. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen zwischen meine Beine stehen. Was wir jetzt machen, ist hier das Handschuhfach ausnehmen. Und zwar müssten wir das dann hier an den Laschen so ein bisschen nach innen drücken und dadurch runterklappen. Denn sonst kommen wir hier nicht an unser Navi dran. Wir sehen es hier schon, das ist jetzt hier so ein bisschen verdeckt. Und das können wir dann jetzt ein bisschen befreien, indem wir hier die Blende, das können wir sogar mit einem Arm machen, einfach in eure Richtung ziehen. Im nächsten Schritt nehmt ihr eure Navi raus. Das könnt ihr hier über diese zwei Klammern, die an der Seite sitzen. Das sitzt jetzt bei euch noch drinnen. Bei mir ist es jetzt schon ein Stück raus. Könnt ihr diese zwei Klammern zusammendrücken. Könnt ihr es ein Stück rausziehen. Und dann hinten auch schon die Stecker lösen. Ich habe jetzt hier den schon gemacht. Den müsst ihr von unten hochdrücken. Dann habt ihr hier noch den blauen. Den könnt ihr auch über den kleinen Stecker nach draußen ziehen. Dasselbe gilt für denselben. Den roten, also den rosanen und den weißen. Es kann auch sein, dass ihr ein bisschen andere Steckerbelegung habt. Und dann habt ihr euer Navi auch schon draußen. Und hier seht ihr bei mir. Ich probiere es mal einzublenden. Hier ist ZR-STD-NAV. Also im Grunde genommen MIB1 Standard. Das heißt, damit kann ich nicht viel anfangen. Hier muss ein neues rein. Um ein 6,5 oder 8 Zoll Display nachzurüsten. So, im nächsten Schritt setzt ihr euer neues. Das ist jetzt hier bei mir ein MIB2 High. Erkennt ihr hier mal so schön an dem Metallgedöns, was hier hinten dran ist. Mit hier einem Most-Anschluss. Den ihr nutzen könnt, wenn ihr ein Virtual Cockpit nachrüsten möchtet. Und den, ja, brauchen wir jetzt einfach mal ein, würde ich sagen. Und auch so einen pinken Stecker, wie ich habt hier beim MIB1, müsst ihr die hier oberliegenden kleinen Steckernäschen wegmachen. Diese zwei, die ganz oben und etwas, ja, ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr auf, ja, elf Uhr liegende Nase. Die beiden müssen weg, also elf und zwölf Uhr. Und die unteren bleiben dran, damit das auch alles hier vernünftig funktioniert. Wenn auch der dann angepasst ist, ein bisschen jetzt abgeschnitten ist, kann dann dieser auch eingesteckt werden. Und zwar diesmal in das Graue, in den grauen Eingang. Das passt dann auch. Zack. Und dann machen wir auch den normalen Stecker wieder dran. Und dann müsste auch alles laufen. So, jetzt sehen wir schon mal, ja, der Komponentenschutz ist aktiv, aber es sitzt und es funktioniert und es sieht jetzt auch korrekt aus mit dem richtigen Navi dran. Und jetzt geht es daran, dass wir den Rahmen noch ein bisschen anpassen, damit das Ganze hier auch richtig drin sitzt. Denn rückseitig sehen die Displays ein bisschen anders aus, weswegen wir jetzt hier vorne diese Aufnahmepunkte, da jetzt wo auch eine gelbe Haltenase noch drin ist, die müssen wir dann einmal rausnehmen, beziehungsweise ein bisschen wegdremeln, damit wir das Display vernünftig einsetzen können. So, im nächsten Schritt geht es darum, hier eins, zwei, drei und vier, okay, hier ist gerade keine drinne, Torpschrauben rauszudrehen, denn wir müssen einmal hier den kompletten Rahmen rausnehmen, ihr müsst dann auch nochmal hier ein bisschen den Tachorahmen lösen. Wenn euer Fahrzeug jetzt absolut gähnende Leere hier erreicht hat, wenn es alles also so aussieht, das Display raus ist, der Rahmen aus ist, aber das neue Navi schon drin ist, beziehungsweise ihr sogar schon ein MBB2 drin habt, dann geht es jetzt nämlich an den Rahmen. Das ist jetzt nämlich das spannende Thema, was auf alle von euch wartet. Hierfür kann ich euch übrigens wärmstens eine Werkbank hier mit so einem Schraubstock empfehlen, weil hierfür ist es besser, wenn man es ein bisschen fixiert hat. Ist mit Sicherheit keine schlechte Variante. Ich baue jetzt hier mal ein bisschen um, mache das Chaos mal weg und dann starte mal direkt. Jetzt wird leider ein kleines Stückchen von eurem Rahmen sterben müssen, nämlich dieser hier vorne, der Teil. Ungefähr genau bis zu dieser Abkantung hier vorne. Das werden wir abnehmen müssen. Wenn ihr einen Dremel habt, macht es mit dem Dremel. Wenn ihr andere Möglichkeiten habt, ein kleines Messer, eine Säge oder sowas, dann könnt ihr es auch machen. Ich versuche es jetzt mit dem Cuttermesser. Ist jetzt nicht so unfassbar vielversprechend, aber es gibt schlimmere Möglichkeiten. Das muss einmal ab und dafür verliert ihr hier zwei Haltepunkte. Ist aber nicht so dramatisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr den vorderen Streifen fertig habt, müsst ihr hier von dieser kleinen, also beziehungsweise nicht den vorderen, sondern den oberen Streifen fertig habt, müsst ihr hier von dieser kleinen Einbruch noch ein bisschen was wegnehmen, seitlich, damit das auch reinpasst. Ihr könnt auch gerne das 8 Zoll Display immer ein bisschen daneben legen, um zu gucken, ob es passt. Also immer reingucken. Und da sieht man das eigentlich auch, wenn man es reinlegt, ganz gut, dass hier noch ein kleines Stück weg muss. Wenn ihr das habt, dann geht es auch schon an die Unterseite. Und da fallen, wie gesagt, diese zwei Näschen auch weg und dann macht ihr genau dieselbe Kante. Die ist ja im Grunde genommen schon vorgezeichnet. Hier diese Kante müsst ihr abtrennen. So, und im besten Fall sieht euer Rahmen dann so aus. Das ist hier die Oberseite. Die ist ein bisschen hier breiter ausgeschnitten, aber jetzt ist alles auf einer Höhe, wenn ihr das richtig seht. Ihr habt eine gute Bucht hier, weil das Display hier ein Stückchen tiefer ist, wie ihr seht, vorne am Rahmen. Und wenn wir das Ganze mit dem alten Rahmen vergleichen, sehen wir auch hier den Unterschied. Der geht, wie gesagt, an den Seiten hoch. Dieser nicht mehr. Noch mal hier so da drüber, wenn man das so sieht. Also, das ist das Ziel, was ihr vor euch habt. Und dann setzt ihr einmal direkt das Display ein, um zu gucken, ob es passt. Wir sehen, hier passt. Und jetzt kann man es dann auch schon einbauen, oder? So, da sind wir auch schon. Und ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Es gibt keinen Pixelbrei oder sonst irgendeinen Fördefangs. Alles funktioniert super. Und das ist, würde ich mal sagen, auch schon mein Stichwort. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo, um nichts weiteres zu verpassen. Und ich sage an dieser Stelle, wenn ihr die richtigen Einheiten dafür findet, viel Spaß beim Nachrüsten. Guckt mal unten in die Beschreibung. Da findet ihr die Teilliste für alles vom Umbau. Also, dass ihr auch das richtige Werkzeug dafür habt. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachmachen, wie immer. Und bis zum nächsten Mal.